hallo und herzlich willkommen bei reddog gamble ich bin heute wieder auf die jagd nach dem ticket und heute ist das spiel tägliche quest family farm das habe ich mir noch gestern bei der stunden quest runtergeladen das ist doch nice können wir sofort starten und ja sofort starten das dauert auch lang gibt doch jetzt sind familie hier bei familie fahren und müssen erst mal ein paar sachen abholen glaube ich da ist noch ein roter punkt ja hochmannet Apfel-Marmelade. Ein bisschen weiter weg, das heißt so, naja, meine Güte, nochmal. So, dann haben wir hier. Ist hier irgendwas umsonst? Gibt es hier was umsonst? Ich brauche etwas, was es umsonst gibt. Tiere. Oh, cool. Können wir sogar kaufen, ich habe 3000. Komm, kauf mal einen Hühnerstall. Abwählen wir gerade, zack, zack. Noch mehr Äpfel. So, die haben wir gemacht. Verkaufe ein Glas. Hm. Haben wir das auch fertig. Schön abholen. Ein Auchenbaum. Okay. Dreimal Klee. Eins, zwei, drei. Komm, vier. Okay. Pflanzetraupen. Fünfmal. Ach, Kleeber hier, ne? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Bin jetzt ein super Dünger. Fünfmal. Wow, perfekt. Was geht da? Schlag auf Schlag hier. Fülle ein Glas in Honig. Okay. Das muss, glaube ich, erst mal warten, bis das alles weg ist. Ah, da. Aprikose, Marmelade, Ananas, ich will aber Honig. Sammelhonig vom Bienenstock. Okay. Eingeschenk. Komm, nehmen wir das jetzt auch mal hier. Was hier die ganze Zeit rum wackelt. Ist aber nicht gratis. Naja, völlig nett. Was brauchen die Bienen? Ich glaube, den Klee. Ja. Beinen, ahhh. Ja dann, ich würde aber trotzdem nichts kaufen. Okay. Vielen Dank. Die Kuh, die braucht bestimmt Essen. Und Hühnchen, Mais. Okay. Ja, noch zwei Flaschen Milch. Ja, noch zwei Flaschen. Dann füge ein Glas Honig in eine Marmelalmaschine hinzu. Okay. Wir haben es schon wieder geschafft. Ja, ich glaube, ich bin nicht so der Pro hier drin. Aber ich glaube, der braucht ja auf jeden Fall Heu. Und der braucht Mais. Ich wollte das doch gar nicht. Fertig. Ich wollte doch... Ach, wie kommt man denn da hin? Okay. Das geht auch. Mais, Mais, Mais. Wo ist hier der Mais? Nein, das, was ich schon alles mal benutzt habe. Nein, das war... Farmhilfe. Bio-Dimmer, Dimmer, Pflanzen, Pflanzen. Und ich brauche Mais. Und ich brauche Mais. Fertig. So. Ah, ich verstehe es langsam. Hier müssen wir jetzt... Nein. Ich wollte doch da... Trauben jetzt... Mensch. Noch eine Milch da. Okay. Honig, Honig, Honig. Was gut, gut, gut. Ich muss das so anders machen. Ach. Okay. Ich umsingel das Hühnchen mit Mais. Ich umsingel die Marmelanfabrikmaschine. Die Marmelanmaschine umsingel ich jetzt mit den Früchten. So. Jetzt werde ich noch einmal abfarmen. Was war das? Ach, das war Klee gewesen, ne? Hm. Den brauche ich nicht. Jetzt werde ich noch einmal abfarmen. Ach, keine Ahnung. Das war's für heute. Kein Bock mehr. So. Ich würde mir mein Ticket abholen. Und dann sage ich mal Dankeschön. Und geht dann ja immer darauf. Und Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder seid. Bis dahin. Viel Spaß. Und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.